hallo und herzlich willkommen zur 162 folge satisfactory ja wir sind dabei uns hier diesen strahlenschutzanzug zu bauen was uns fehlt ist gewebe und wir brauchen fürs gewebe erstmal biomasse beton den kann man auch direkt herstellen das war mal ja kalksteinlos werden und sind wir noch zwei nein nicht aus gut wo ist das gewebe da 30 40 55 immer noch fünf es fehlt immer noch ein bisschen biomasse und auch noch ein bisschen wasser wasser hat 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 hm hier haben wir so viele trockene äste die können wir ja auch mal einsammeln kalkstein hier haben wir auch hier oben sind auch noch mal trockene äste ist mein inventar voll ja mein inventar ist voll deswegen kann ich keine äste mehr aufheben wie sieht denn das hier mit der nicht daraus gehe komme ich denn da hin weil da drüben ist ja auch noch was zu sehen keine ahnung auf jeden fall gehen wir jetzt erst mal wieder zurück zur station zur basis denn wir hatten da oben ja dieses radioaktiv verseuchte so 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 fünf stück das heißt den ganzen kletterer dacia den brauchen wir morgen blick nicht den bringen wir mal wieder da hinten hin das kann umgewandelt werden treibstoff das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das nicht und das nicht gut dann gucken wir mal ob wir jetzt den anzug bauen können wir haben den anzug und für diesen anzug brauchen wir irgendwelche filter das sind aber nicht die die wir haben also nicht der normale rutsch ist das nicht der normale filter nicht der sondern der und da fehlt uns gummi für so dass wir ja mal ganz stapel von machen dafür brauchen wir dann auch dieses noch und ja wie gesagt gummi jetzt ist aber wieder am langen ja einmal gummi wo ist es so 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 also als nächstes filter den normalen filter da brauchen wir kohle für und auch wieder gewebe auch ne davon haben wir zum glück noch was so 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 was war das gummi ist uns ausgegangen jetzt schon ok dann holen wir uns doch noch mal ein stack so 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 50 von den haben wir aber jetzt nur noch drei von denen ja ja so 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 Kuckmü also mit cerium hätten wir hier noch aber wir brauchen biomasse so nein aus mit seien wollen wir keins machen weil das brauchen war ok die filter hätten wir auch hier machen können ne elektromann das ist für für nuklear das machen wir nicht ok also wir müssen noch mal glaube hier hinten sind wir jetzt am dichtesten dran da hinten sehe ich schon da ist da ist noch ein bisschen gestrückt und vor allen dingen ist hier trockenes holz alles weg gut weiß inventar schon wieder voll oh gut Okay. Da geht es weiter. Nein, nicht Bio-Brennstoff, Bio-Masse. Oh Mann, was mache ich denn? Oh Mann, das war jetzt Fehler. Man, gut, dass der bei 200 Schluss gemacht hat. Das war Kohle. Ach, 8 Filter haben wir, das holen wir uns nochmal. Kohle, das haben wir jetzt zum Glück hier noch in den Autos gelassen. Hm? Ha! so machen wir das okay da haben wir unheimlich viele eisenplatten wenn wir mal irgendwelche braun erstmal aus den fahrzeugen rausholen denke ich mal so was haben wir denn jetzt 13 wir brauchen nach wie vor gewebe also holen wir uns erst mal noch mal ein bisschen gestrückt und so 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 Ja, da haben wir eine Menge weg. Ja, da haben wir eine Menge weg. Ja, da haben wir eine Menge weg. Ja, ich denke mal, da haben wir gut gesammelt. Ja, da haben wir gut gesammelt. Ja, da haben wir auch noch mal ein bisschen was. Das dauert ja nicht lange, bis es wieder nachgewachsen ist. Aber wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da in einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.